Hauptsache, das ist los, äh, singt nicht. Das weiß ich nicht. Ich habe neun von zehn Leuten gefragt, die sagen, es ist okay. Zehn, da habe ich keinen Bock mehr gehabt zu fragen. Weißt du, ich meine? Da habe ich keinen Bock mehr gehabt. Bist du immer noch in dem Auto, oder was? Ja, ich will noch ein paar tausend zu finden. Ich will mal hier das testen. Ich bin hier jetzt gefahren, hier 17... Ja, so zwischen 200 und 300 Runden mit GTE und GTE 3, glaube ich, reicht ja. Dann darf ich auch zwei Runden mit Formel fahren. Alle 100 darf ich eine Runde mit Formel fahren. Ich hoffe, bei dir ist es auch so heiß, Olli. Weil wir gönnen jedem die Hitze. Ne? Wir gönnen jedem die Hitze. Ja. Ja. Das ist schön. Das ist, glaube ich, heute nochmal so. Das ist, glaube ich, heute nochmal so. Ja, könnte bei uns auch sein. Aber das Problem ist, kommt da nichts rein. Das ist das Doofe. Da kommt nichts eine. Ach, du Kacke. Ja, geht null Wind, deswegen. Ist nicht so spannend. Genau was hier. Ui. Was Feedback ist wild hier. Obwohl ja, also am meisten machen wir halt ein paar GTE-Autospaß. Und einige GTE 3, finde ich auch toll. Aber trotzdem finde ich es halt schön, hier ein bisschen zu cruisen hier. Auch wenn ich nichts sehe. Ich habe keinen Bock drauf, dieses Auto. Nimm doch mal ein anderes. Nimm doch mal einen Scuderia Ferrari. Beste. Ich denke, es ist eigentlich gleich aufgehend. Du bist Sack müde. Du Sack bist müde? Denk ich mir. Ich Sack bin müde. Und sonst, Oli, wie schauen deine Pläne die nächsten Tage aus? Also, Rick gebaut. Okay, das ist schön. Das ist wild. Also, Ratzink. Das hat sich wieder erwischt, das Fieber. Muss ja. Wenn man dick baut, muss das ja. Das ist ja schön. Ja. Mach wie du kannst. Kein Stress. Es ist schön sortiert auf dem Google Drive. Je nachdem, was du fahren willst, ist das immer nur so sortiert für den einzelnen Server. Ich werde es vielleicht nur irgendwann ändern, aber das ist momentan so. Ich werde jetzt erstmal die Autos mal mitnehmen. Ich glaube, wir haben 14 oder 15 GTE-slash-GT3-Autos. Wir haben alle GTE-Autos außer den Ferrari aus der GTE-Meisterschaft 2022, die gefahren werden. In AC. Die Endurance-Meisterschaft. Und halt die üblichen GT3, die halt auch überall gefahren werden. Nächste Strecke ist Slovakia-Ring. Hier wird auch in der Meisterschaft gefahren. Ich glaube, es ist sogar in der GTE-Meisterschaft. Mal gedacht, mal schauen, warum nicht. Das kannte ich jetzt eigentlich vorher nicht. Sieht aber vom Layout geil aus, muss ich sagen. Also die ersten drei Kurven halt langweilig, sag ich mal. Weil ein bisschen halt sehr viel gerade. Aber ab Kurve 3 geht es dann erst los. Die Strecke. Also vom Layout, keine Ahnung. Vielleicht ist es ja auch spannend, wenn man auf der fährt. Aber vom Layout sehen die ersten drei Kurven einfach nur. Gehört aus, rechts ein bisschen. Schnelle Rechtskurve. Nochmal eine Rechtskurve. Und dann fängt das an. Und das ist schon eigentlich die Hälfte der Strecke vorbei. Mal gucken. Das ist eine meiner absoluten, fast meine Lieblingsstrecken gewesen. Ich muss sie mal umstellen wegen DS hier. F1 Remastered hier. Kommt rein da. Das Layout auf dem SIM Hub. Ich kann halt hier überall DS machen. Bei der Strecke. Du siehst hier auch. Und? Jawoll. Geil Mann, geil Mann, geil Mann. Mit vorm 1 hat es geklappt. Ich hätte den auf den Korb kommen sollen. Jo. Ich bin jetzt zu 200 drum. So mit GTE G3 gefahren, Oli. Und jetzt tue ich mir noch ein bisschen aus. Und dann wird gewechselt morgen. All zu lang mache ich jetzt glaube ich auch nicht mehr. Bin mir nicht sicher. Morgen wieder Termin. Meine Lunge ist noch mehr rüpf. Deswegen noch mehr. Noch mehr wilde Tabletten nehmen. Nochmal zum Arzt. Gestern, morgen, heute. Jetzt mal Bock hast, wenn dein RIG soweit steht oder so. Kannst du ja. Kannst du ja Forte schießen. Oder irgendein Instagram schicken, wo das das ist. Oder Twitter oder. Oder only Oli. Ich habe dir doch mal erzählt, dass du das mit dem, wo ich den Haarsen überfahren habe. Ja, ich wusste es mit dem Ding, ja. Das war am Slowakeering, by the way. Ja. Ich gehe auf Hasensuche. Ja, 24 ist tolle Schmutz. Kannst du denn erklären, welche Kurve das war? Ja, gespannt, ja. Ich sagte, alles unter 32 ist gar nicht zu gebrauchen. Für nichts. Zentimeter? Zoll. Wurste 24 finde ich gut. Von 24 zu 24. Progress ist da. Hol dir unseren hier, den wir haben. Der hat den gleich, dann sind wir Monitorbrüder. 38,5 Zoll. 165 Hertz. Alles mit Gurken, mit Gurken, mit Salzwasser muss man auch erst können. Da wirkt es mich und dann kann ich es gar nicht. Schaffst du das oder was? Krass. Wieso nicht? Was? 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 Wie viel Auflösung? Also ich kann den hier empfehlen. 1440p, 165 Hertz, 38,5 Zoll. Gigantisch. Gigantisch. Technisch nicht haben wir. Die holt sich ein... Ne, die holt sich 32 Zoll, 60 Hertz, 480p. Na klar. Ja genau, ist der hier auch. 1440p, 165 Hertz, 38,5 Zoll, also 39. Ja, ich habe das mit diesem Salz schon sehr, sehr krass, wie Salz das alles reinigen kann. Es gibt ja auch so Nasenspülungen mit Salz und sowas. Habe ich aber auch noch nicht wirklich gemacht, aber es gibt es halt. Deswegen war ich die letzten Tage am Meer. Da ist das einmal rundum erneuert. Um Salzwasser. Wenn du danach weniger Reiz... Ja, ja, natürlich. Hey, wenn du diese scheiß Kratzen Kitzel in deinem Hals mal weggeben würdest, wäre das schon geil. Weniger Schmerz wegen Reizen, ja, fast. Bin mir auch gar nicht sicher, was das eigentlich auslöst. Ganze. Keine Ahnung, ist das Schleim, was das juckt oder kitzelt? Ist das die Entzündung oder ist das... Quatsch, weiß ich, also ist das Allergie? Keine Ahnung, was das ist. Alles, alles zusammen. Ich muss sagen, Olli kann ich nur empfehlen, aber... Vielleicht ist er dir auch zu groß, aber ist echt stark. Kannst Technik fragen, ist auch zufrieden damit. Habe ich ihm empfohlen. Ist ein Samsung-Panel. Ist zwar von LC-Power, ist ein Samsung-Panel. Kannst mal schauen. LC-Power 38,5 Zoll und ist White sogar, das Ding. Hat hinten irgendwie RGB-Scheiß, aber gut, ist ihm eh nicht. Ach stimmt, das ist auf jeden Fall desinfizierend. Ja, ja, das ist geil. Das habe ich... Das habe ich mit Mundspülung gerne gemacht, so desinfiziert, mein Hals. Aber das kannst du nicht gorgeln. Aber Mundspülung desinfiziert auch schon ganz gut. Man hat mir schon ein paar Mal Sachen gegeben zum Gorgeln. Aber irgendwie ist das immer so greizig. Es ist sogar schwer, momentan mal Medizine zu putzen. Wenn ich überhaupt irgendwas im Mund habe, einfach nur muss ich mich immer übergeben. Kommt es immer hoch. Schrubbig, schrubbig, schrubbig. Wenn nur so ein bisschen von der Zahnpaste so auf den Hals reinkommt oder so, sofort. Zack. Übergeben. So empfindlich. Ja, auf den nächsten Monat oder so, dass du das Geld zusammen hast. Hm. Oh. Ich glaube, der ist irgendwie von an. Also es wird sich einiges hier ändern, Olli. Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, das Video gesehen hast, den Titel gelesen hast, gestern und die letzten Tage. Deswegen. Ich freue mich, dass du nur noch mal vorbeischaust und mal gucken. Weil man sich dann wieder sieht. Irgendwann Tee. Bei mir war es immer das Problem, ich habe immer so ein Zeug bekommen für den Hals, was sofort angegriffen hat. Ich glaube, was da normal geht, vielleicht Tee wird da auch funktionieren, weil es greift nicht direkt an. Was so richtig so. Sofort attackiert. Genau, Pink hat es losgetreten mit dem Bot. Dankeschön. Ja gut, ich packe es jetzt aber auch. Bist du immer noch da, oder was? Ja, ich habe das zugehört. Verdammt. Ne, ne. Ich nerv hier noch weiter, ja. Das ist vernünftig. Schau mal, fast die dänische Zeiten. Toyota LMH 131.9. Klickenhaus LMH 131.9.0.5. 4.9.0.5, fast identisch. Jo, Dave, war nett. Gute Nacht, Olli. Ja, dann sage ich mal gute Nacht, Chat und Gags und dann bleibt es morgen. Jo, bis, schlaf schön und bis später. Jo, bis dann. Tschö. Ich würde aber gerne noch mal probieren mit denen, einfach so. Ja, das sind ja meine letzten Gehversuche hier. Dann ist es halt quasi vorbei mit der Strecke, bis das zur nächsten geht. Die Sicht wird wieder wild jetzt. Ich muss ehrlich sagen, ich kann mir gar nicht vorstellen, irgendwie einzupennen. So nachts ist es richtig, eigentlich angenehm, weil es noch ultra heiß ist. Tagsüber bin ich immer ultra müde und könnte und würde eigentlich schlafen wollen, aber das ist brutal heiß. Und nachts genießt man gerade so ein bisschen, weil es etwas kühler ist. Aber trotzdem, mit der Nacht kommt auch irgendwie die ganze Scheiße. Die wird immer stärker hier, husten und alles. Ich finde es ja tief hier, krass. Mach das, mach das. Doch, geht eh nur 10 Minuten. Dann sehen wir uns um 3.03 Uhr. Bis gleich. Und das ist ja jetzt zum Glück, glaube ich. Ich habe den Termin, die Uhrzeit im Stream reingeschrieben. Das war meine Notiz heute. Mal fast Feedback schwächer machen. Ich war mir vorhin schon nicht mehr sicher. Ja, sieh mal 20, mal 40, ey. Mal wenn es zu schlimm gewesen wäre, früher da zu sein. Einfach den Streamtitel als Notiz ausnutzen hier. Beste. Mehr für mich als für euch. Oh, hier, hier, hier. Das war 14 hier, Mann. Beste. Sektor 1 ist quick. Ich muss die anders fahren, so wie mit dem anderen Auto. Ganz entspannt irgendwie. Ich dränge sie immer zu sie raus, dann kann ich nicht mehr rausdriften. Ich frage mich jetzt nur wann. Wann ich dann zu Hause sein werde. Dann bist du doch alles bis 9 Uhr machbar sein, oder? Ich denke schon. Dann halt einfach hinliegen. Bis abends aber bei der Hitze mal gucken. Sektor 1 ist okay. Schade. Nur ein bisschen bremsen müssen, aber egal. Ach so, warte mal. Ich wollte ja auch mal kurz umstellen am Server. Ich fahr jetzt eh nur noch so halb ernst. Mal schauen. Ich mach das mal nicht auf dem GT3-Server. Jeder fährt dann da hier, wo ich fahr. Wieso bin ich hier rausgeflogen? Wieso bin ich hier rausgeflogen? Hier, hier, Spark of Dem, U-Existing, Tafanri GT, hier, Non-GT. Hier gibt es noch eine Summer- und Winter-Edition. Wir machen mal Winter-Edition als nächstes. Einfach so als Spaß. Mal gucken, wie das ausschaut. Winter. Vielleicht ist nur das Panorama anders. Okay, die Zeiten zählen auch nicht mehr. Gut, ist ja egal. Also, die gleiche Strecke im Winter-Style anscheinend. Let it snow, let it snow. Genau, richtig, richtig. Mal schauen. Mal schauen. Bin ich mal gespannt, was da jetzt anders ist. Von außen sah es ja normal aus. Kein neues Thumbnail. Okay. Ist das jetzt was anderes? Oh, hast gar nicht ganz geguckt. Hast du noch vier Minuten, Olli? Was ist denn mit dir? Okay, da spart man sich Zeit. Ich habe jetzt mal von der Strecke die Winter-Edition gemacht. Ich weiß nicht, ob es jetzt rutschiger ist. Oder sie erkennen hier irgendeinen Unterschied? Vielleicht geht es auch gar nicht. Auf dem Server. Vielleicht fehlen da irgendwelche Pure- oder SOL-Sachen. Ein wiederkehrendes Abo. Wow, Hammer. Ach du Scheiße. Was denn jetzt? Dankeschön, Olli. Einfach rein schnabliert, abonniert. Danke dir. Einfach insgesamt schon fünf Monate. Das ist ja Wahnsinn. Danke dir. Für den Support hier. Ultra geil. Dankeschön. Das ist mir eine Ehre. Ja, ist das nett. Also muss... Na klar muss dann. Was soll denn das jetzt hier? Was denn sonst? Richtig so. Jetzt nehme ich dich erst wieder ernst hier. Aber echt nice mit deinem Rig. Hast du jetzt so ein richtig schönes Rig mit Sessel? Also mit richtigem Ressel? Oder... Auf dem Quietschen-Stuhl? Weil ich hocke momentan auf dem Quietschen-Stuhl. Also dass es jetzt die Winter-Version sein wird, weiß ich nicht. Das geht glaube ich nicht auf dem... Am Server. Da fehlen irgendwelche... Da gehen sie oder so. Das sieht für mich irgendwie gleich aus. Oder sind die Bäume anders? Ja, ist ja toll. So immer schön langsam progressen. Ist doch schön. Dann hat man zumindest auf etwas, was man sich freuen kann. Direkt alles haben. Ist auch nicht so spannend dann. Freut man sich einmal und fertig. Ui, ui, ui. Aber ich sehe jetzt keinen Unterschied. Schon geil hier der Sound. Ich vergesse ich mal das TC-HC. Ja, kann mich hier früher gar ausgeben. Also ich sehe keinen Unterschied zu der anderen Version. Ist vielleicht doch irgendwie so ein Bug-In oder so. Soll pure irgendwas. Äh, denke ich schon ja. Denke ich schon. Na klar. Also eigentlich schon ja. Ähm, ich... Okay, ich tue mal auf Sommer umstellen. Naja, je nachdem. Pause. Ob es eine Pause wird, weiß ich nicht. Vielleicht mache ich einfach hier aus. Mach im anderen Channel weiter. Ähm, oder ich mache gar nichts. Einfach so. Oder, ja, weiß ich nicht. Mal gucken. Schauen wir mal. Mal gucken. Schauen wir mal. Lass mich so überraschen. Ich lasse mich selber überraschen. Aber ich glaube, es ändert sich halt echt nichts am Server. Ja, aber Driven werde ich einfach weiter. Das wird schon... Meine Runden kann ich ja drehen. Aber das ist doch jetzt nicht Winter. Das ist Summer. Okay, jetzt haben wir einfach die Strecke Summer Edition. Sollen wir mal vielleicht im Singleplayer probieren. Denn es ist halt... Komisch. Das Fahren mache ich ja, solange es ja geht. Und solange es in meinen Füßen irgendwie hinhaut. Also, ja. Auch wenn es nicht hinhaut, das habe ich ja irgendwie eine Lösung gefunden. Nein, 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 das stimmt nicht. Ich werde zum Gino. Ich bin der Gino. Olli, was mit dir? Aber ist doch wieder gleich, oder? Ist das was anderes hier nie, oder? Ist doch immer der gleiche Scheiß. Schade. Ich dachte, das funktioniert. Hm. Dann hat es nicht funktioniert. Na gut, dann können wir wieder normal machen. Das andere ist halt die... GT Challenge. GT Challenge. Nicht GP, GT. Ja, wird schätze ich mal... Irgendein Shade oder so nicht da sein. Ich gucke mal hier im Singleplayer kurz. DRIVE, SINGLE. So ist das nicht mehr, oder? Okay. So ist das nicht mehr, oder? Okay. Mal schauen. Da ist ja Weather Clear. Weather Clear. Ich muss mich da auch was umstellen. Ja, ich habe mir auch die Anleitung nicht angeschaut. Aber es gibt auf jeden Fall die drei Layouts. GT Layout, Winter-Sommer-Layout. Da ist ja nichts. Ich muss mal noch ein paar Sachen anschalten oder rumkopieren. Aber so ist nichts, ne? Okay, na gut. Das ist ja nicht so schlimm. Ich wollte es da testen. Alles gut. Alles gut. Ich kann es ja auch nicht ändern hier. Real Conditions. Nein, Ideal Conditions. No Skins Found. Optimum. Clear. Nee. Ich weiß nicht. Es ist mir auch eigentlich egal. Kann man sich irgendwann damit beschäftigen. Ging aber so. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Noch schlimmer. Immer schlimmer der Bild da. Am Schluss kommt Voodoo's Bild hier. So. Före mal noch ein paar Runden hier drehen. Habe eigentlich alles mit der Strecke soweit fertig. Ich habe es mit einigen GT3, einigen mit GTE. Ein paar hundert Runden. Ob ich es jetzt kann oder nicht, ist mir egal. Bisschen entspannt gefahren. Fertig. Da muss ich mich eh so ein bisschen zusammenreißen. Weil ich habe das letzte Woche zu ernst genommen. Habe mich dann aufgeregt. Dann war der Spaß auch wieder weg. Deswegen einfach entspannt fahren. Und kommt schon mit der Zeit. Wenn ich es auch egal. Alles gut. Progress ist ja da. Von Strecke zu Strecke. Die erste Runde schaut nochmal katastrophal aus. Aber zwischen Runde 100 und 200 sieht dann schon besser aus. Oder zwischen Runde 200 und 300. Ja, dann mache ich noch ein paar Abschlussrunden hier. Und dann... Mal gucken. Vielleicht ins Bettchen oder so. Ach, ich habe die Sichtwürde nicht gespeichert. Okay, Gino. Wir haben 6.867 Minuten, um das Geschäft zu machen. Naja, also gefühlt doch. Gefühlt doch, weil irgendwie hast du dann auf einmal ein paar Runden, wo du denkst, okay, nice. Hättest du vielleicht schon vor 100 Runden sehen können. Denkst du, hä? Wie jetzt? So. Das passt so, okay. Ich habe halt nie gespeichert. Und ich habe keine Ahnung, ob es so okay ist. Oh Gott. Ich teste jetzt einfach mal. Wir haben so ein Geld-Dings jetzt im Server, Oli. Man kann Geld verdienen mit schnellen Runden. Und man kann leveln. Halbes MMO hier. Kannst leveln, kriegst Geld, wenn du deine eigenen Runden schlägst. Wenn du die beste Rundenzeit hast auf der Strecke. Die All-Time-Bestzeit. So von uns. Geld verlierst du, wenn du crasht. Wenn du dich zurückportest ein bisschen. Und am meisten Geld verlierst du, wenn du andere berührst. Oder crasht. Also kannst du grinden hier. Du setzt eine Zeit und dann kriegst du erstmal Geld. Und dann musst du deine Zeit unterbieten. Ergibt eine Vorgabe so 0,5 oder 0,25. Also Viertelsekunde oder halbe Sekunde. Ja, immer schon, ne? Immer schon. Deswegen habe ich es auch gesagt. Es ist sehr, sehr traurig. Nach 8,1 Jahren ein großer Traum ist es geplatzt. Oh Gott, ist das so schlimm mit dem Rutschen hier. Wie viele Server ich schon gemacht habe, ne? Während dieser Zeit. Über 30 ARC-Server. 7 Days to Die Server. Jedes MMO, also nicht jedes MMO. Jedes Survival-Stift, was Server gegen Server gemacht. Realizing-Server. Alles. Deswegen, also. Ja, bitte gerne. Also ich habe es immer vor Leidenschaften aus dem Bauch heraus gemacht. Aus dem Herzen, immer. Na klar. Ich habe nie was Böses gewollt. Ich habe eigentlich versucht, das zu machen, was mir halt Spaß macht. Und das schwappt dann halt über. Wenn man sieht, dass ein Mensch da dann Spaß hat und die Leidenschaft da auflebt oder so. Dann macht man das halt mit. Oder auch nicht. Ich habe gerade schon auf deinen Text. Kondro das Auto retten. Ja, das ist halt immer so eine Leidenschaft. Und besonders, weil ich es so lange nicht machen konnte. Und ich gebe mir halt so viel Mühe, dass es halt auch funktioniert. Und gut, ich habe mir eigentlich immer Mühe gegeben. Aber das ist halt hier schon ein bisschen anders. Wie geht das Ding hier? Ja, das ist ja mit den Bremsen hier. Das ist wild. Schon so viele Bremsplatten eingefahren hier schon. Bei der nächsten Korbe zum Bremsen mit dem. Ja, finde ich gut, dass man das merkt. Und zwar habe ich es aber nicht immer versucht zu machen. Außer bei manchen Games, wo ich mir gedacht habe, auch du Scheiße. Aber nie wirklich ein Spiel gespielt, was ich nie spielen wollte. Ich habe zumal das Schweine überwunden, weil ich, wenn man sich ein ganz neues Gewässer wagt, muss man halt schon ein bisschen so Bock drauf haben. Aber ich habe es noch nicht bereut. Hast du, Olli, hast du mal die Streckenliste gesehen, die ich vorab zu fahren und zu lernen über die nächste Zeit? Kommt denn für die nächsten Jahre? Gefühlt. Klar werde ich nicht satt, wenn ich etwas, wenn ich in eine Sache irgendwie sehe, wo ich besser werden kann. Dankeschön, sicheres Kompliment. Auch wenn es lange dort Mais einfach. Auf jeden Fall alle Major Strecken auf der Welt, aus allen Rennseelen, aus allen Spielen. Aus AC, aus ACC, aus AMS 2, aus Gran Turismo, aus Forza, aus, keine Ahnung, aus Race from Racing Experience. Alle Meter Strecken daraus fahren. Und jede Strecke üben. Ein paar hundert Runden. Mit verschiedenen Autos, mit GT3, mit GTE, mit Formel, ein Formel hat es auch, mit LMP, LMH. Und Hätte doch so Bock, es gibt sogar so Rallys, Rallymaps. So Rallycross, wäre doch ganz nice, zu zweit zu fahren, gegeneinander. Habe ich bei Dirt immer gefühlt. Rallycross wäre immer witzig. Und dann die ganzen Meter Strecken der Welt. Plus die aus dem ganzen Spiel. Ob jetzt wild oder fiktiv. Und dann als Endgegner Nordschleife. Nach Nordschleife ist dann die Karriere vorbei, oder sie beginnt erst. Nordschleife ist Endgegner. Ja, da wäre ein Turnier super, ja. War Trippel Nummer 1 gegen 1 an. Genau. Kleinen Turnierbaum, Kameras im Internet laden, schreiben wir Namen, fertig. Ist ganz witzig. Leider ich wollte ja schon einige Veranstaltungen machen. Habe ich auch gesagt, vor einem Monat. Hätte das auch ganz gut organisiert dann hätte ich schon sie wäre schon gewesen, aber leider ist der Hype aus der nicht so geblieben. Also am Anfang war wirklich viel, aber da sind viele Leute weggeblieben. Und dann habe ich es halt gelassen. Es hat sich ja in den ersten Wochen sehr aufgepusht. Und wir waren am Anfang 2, 3, 4, 5 und auf einmal waren wir 6, 7 und dann waren wir wieder nur noch so 2 oder zu dritt. Oder ich alleine, je nachdem. Und dann muss ich ehrlich sagen, hatte ich dann auch nicht mal Lust nochmal das Ganze irgendwie zu betteln. Er hat ja schon geschrieben, hey, ich race, wer Bock hat, mach mit. Manchmal gar keine Reaktion oder so. Und Leute irgendwie zu locken, zu zwingen mit Geld oder Gold oder Coins, kein Bock. Ja, natürlich, klar. Es ist auch schön, es ist auch so richtig und wichtig, dass es so ist. So ein schönes Starter-Paket. Was nur ultra schwer ist, alle auf einen Punkt zu bringen oder auf einen Nenner zu bringen. Das heißt, dass halt mal mehrere zur gleichen Zeit da sind oder so, ne? Das ist ja nicht das Schwerste. Oh, Jens, hast du überlebt? Gute Nacht, Jens. Schlaf schön. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Und ich wollte eigentlich das Screening vermeiden. Ich bin schon genug gescreent worden. Das tut ja nicht gut im Körper. Beim letzten, beim letzten Screening sind wir in der Klinik. Da gab es doch gar keine, gar keine Weste mehr, ne? Ich dachte mir, hey, was denn jetzt? Gab es keine Weste mehr? Und dann habe ich dann nachher gelesen, ja, Weste nur auf Anforderungen ist, das macht man nicht mehr. Ist das nicht, dass man da das ein bisschen schützt oder ablenkt oder so? Oder die Strahlen, dass man nicht gleich stirbt? Dass man nicht irgendwie Krebs kriegt oder so ein Scheiß? Also Metallschutzweste, Gürtel, irgendwas. Anscheinend ist das nicht mehr, ist das nicht mehr modern? Ja. Das war 145.6. Das war die Session. Ach, ist ja gar nicht so scheiße. Meine Schnellste war 1.41. Irgendwas. Drei? Zwei? Ich weiß nicht. Nicht mit dem Auto. Mit dem M8. Aber ich bin dir gerne dankbar, dass ich das überhaupt hier machen kann. Und dass auch Leute schon vor vielen Jahren zurückgekommen sind und auch mitgemacht haben. In Racing. Ich muss sagen, ich hätte es so oder so gemacht. Sei es jemand gekommen oder nicht. Ich bin da so, dass, wenn ich Bock drauf habe, mache ich es halt. Wisst ihr ja. War schön. Ein bisschen riskieren hier. Jo. Und ich meine, bis ich die Rotation der Strecken hin habe, kann man hier wieder für Anfang anfangen mit Rotation. Und ich vergesse das schon. Ich vergesse das schon die Strecken, bis ich die neue habe. Wenn ich die neue fahre, vergesse ich die alte wieder. Oh, das ist jetzt so komisch. Ich schalte hier. Aber ich hoffe mal, dass so zwei, drei Tage und mehrere hundert Runden auf einer Strecke doch ein bisschen im Gedächtnis bleiben, falls ich mal irgendwo irgendwie nochmal das fahre und nicht bei Null anfangen muss. Und ich mache das ja auch für die, keine Ahnung, für euch mehr oder weniger, wenn ihr da mitfahrt, die Strecken. Gut, jetzt Dave und Oli kennt das, kennt ihr alle schon. Aber auch die nicht so viel fahren, dass man alle Majorstrecken der Welt durchgeht. Und falls ihr euch irgendwann mal entscheidet, das ein bisschen mehr zu wollen, könnt ihr in irgendwelche Ligen, in irgendwelche Teams gehen. Für mich ist das schwerer, denn ich kann halt nie sagen, kann ich jetzt heute oder nicht. Auch wenn ich es jetzt jeden Tag mache, das ist auch immer random, was die Uhrzeit und so angeht. Ich mag halt echt die Vielfalt hier. Was Autos angehen. Ich habe halt viel Fühl left, halt viel Fühl. Ja, komm schon. Ganz weich. Ich habe auch die Bremse so eingestellt, dass ich nur noch 80% bremsen muss, dass ich dann auf 100 bin. Ich schaffe jetzt nicht die Füße so weit unterzudrücken. So muss ich bei Nicht-ABS alles dann noch aufpassen. Der Helif ist halt super geil animiert hier neben mir. Ich finde die Kurve also ziemlich schwer hier, die da. Aber für ihn eine tolle Strecke und Dave meinte, dass sie vielleicht in der Formel 1 ist nächstes Jahr. Die verhandeln noch. Wäre jetzt schon geil. Auf jeden Fall ein Bremsblatt, weil mein Lenkrad vibriert wie zau. Die ganze Zeit. Ich glaube vorne links oder so. Ja, sehr geil. Ist das Auto so beschädigt oder fahre ich? Komplett anders als die ersten zwei Runden. So. Oh Gott, zu spät, zu spät, zu spät. Ja, ja, der Gino macht das schon. Im Mittelrüber. Ja, bin ja nicht jetzt schon eigentlich dann soweit. Heute nur auf vier Training geschafft, aber ich habe wochenlang Tag für Tag acht bis zwölf Stunden trainiert. Und ich hoffe, den Scheiß mit der Lunge irgendwie hinzukriegen. Und dass diese Antibiotika die letzten sind, die ich nehmen muss. Weil die Kraft schwindet langsam. Ja. Ja. Das ist schön, danke. Das freut mich. Hast du erzählt, dass du da warst, dass du eigentlich alles weißt? Ich wollte dir was Neues erzählen, aber es gab nichts Neues. Das hatte ich mir auch okay. Das eigentlich hat nichts mehr. Sackgesicht. 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 Und imagine, Oli, schon allein den ganzen Club in die Küche zu bringen und alles hier umzubauen. Also, dass mir das nicht für Leidenschaft steht, weiß ich auch nicht. So das habe ich auch noch nicht gemacht. Ich dachte mir erst mal an, dass ich mich selber irgendwie für doof halte, aber ey du, ich habe schon so viel Blutzung gemacht, mir ist es egal. Und das stört halt auch keinen, weißt du? Ich bin halt ich hier und fertig, Ende der Geschichte. Amen. Amen. Hast du schon Season 4 gespielt hier in World of Warcraft? Heute rausgekommen. Bist du in den Kala sein rein? Bist du in den Schloss Natia rein? Let's go! Und den Schluss ist dein Mastermind, Season 4, Action. Hast 10 Minuten. Was ich halt ein bisschen Angst habe, Oli, dass das Ding hier nicht hält, hier, ne? Im Manager, ich mache jetzt weiter jeden Tag, so 8 Stündchen hier im Kreis drehen. Und das Lenkrad hält das nicht aus. Scheiße, zweiter Gang zu klein. Das ist schön hier, das ist auch das Beste, der Donners kommt. Einfach rein da. Aber ich werde dann gleich ein kleines Päuschen machen hier. Steiß, mein Kick da rein, muss ich mich anders hinsetzen, warte. Sollte halten, meinst du? Ja, hoffe ich mal. Weil ich keinen Bock habe, wieder was zu ändern. Vielleicht irgendwann diese, 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 äh, Bremse da ändern, aber selbst dafür weiß ich nicht, ob ich bereit bin. Weiß nicht, wie sehr mein Fuß das dann stört. Aber mit mir mit der Bremse ist immer noch das, was ich am meisten mit Problemen eigentlich so habe. Was auch, was auch den Fuß angeht. Das richtig zu dosieren. Na ja, wenn es diese Hitze hier ausgehalten hat, dann wird es, wow, dann wird es alles andere auch aushalten. Oh, nich? Geid. Geid server auf. Geid. Geid server there помös. Geid schon mal. Geid server. Geid server auf. Och, guib. Geid sein heap rum. Geid server auf. Geid拜 string Prayer. Geid vä nationale. End werde... Geid version. Ja, des Geid 포��aste. Geid professionell. Ja, ich bin ein Blau. We'll be right back. schon dritten bleiben musste man mehr ausfahren was der arzt gesagt habe das sind aktuell so starke antibiotika die ich kriege es kann sein wenn ich nicht aufpassen kriege ich sehen risse also also ich habe ja schon sicher dass ich meinen füßen und so aber anscheinend wenn man irgendwelche stellen länger und stärker belastet selbst beim sitzen oder so oder irgendwie was weiß ich hände oder so das einfach so reißen also keine ahnung ich habe schon viele ich kenne als ich kenne es schon von den füßen her muskelfaser sehen wir das was auch immer das ist auch so 1000 mikro risse so eine fraktur mäßig halt naja das ist jetzt das ist jetzt wegen diesen sieben tagen da ich die ich habe jetzt zehn tage antibiotika geschluckt ich nehme halt antibiotika mit so einem kortison slash antibiotika spray auch noch dazu und nachdem es montag vorbei war das antibiotika ist der ganze scheiß wieder zurückgekommen jetzt kann ich einigermaßen sprechen aber konnte ich halt vor ein paar stunden gar nicht so richtig ich habe jetzt viele viele nutzspastellen genommen dass ich überhaupt sprechen kann und habe auch ultra klasse hustanfälle und da muss ich mich fast jedes mal übergeben wenn ich etwas esse wenn ich pech habe kommt dann hoch nicht sogar alles gereizt und die lunge wollte heute abhören aber gar keine chance ich konnte gar nicht atmen also du kannst du dieses tiefe einatmen kannst vergessen geht gar nicht ich habe ich habe nur ganz ganz langsam und deswegen musste mir stärkeres geben und es ist halt jetzt so stark dass es mich komplett umhaut hat er gesagt habe ich gemeint die wissen dass ich 12 tablett nehme und dass ich schon am rande des der energie bin also eine energielimit und ja da hat er mich halt dann gewarnt aber trotzdem trotz allem ist mir das erzähle ich das hier aber ich mache trotzdem mein ding mit euch und doch als solo version es gibt ja viele so channels die machen multistream also auch 24 oder längere streams dann halt so mit mehreren oder so immer keep racing ob jetzt keep racing oder keep was anderes also das muss man bald ein tut das heute leveln oder bei der zeit jetzt noch schnell mal 50 prozent fuß und ihr müsst ja ausnutzen platzische klär zu spielen wollte allein da ich fahr jetzt nur noch entspannt nicht mehr auf zeit einfach so einfach just for fun ich finde das war zu geil so schnell über die einen körper zu fahren muss man vielleicht nicht aber mir gefällt es hat einfach spaß über die körper zu blättern da generell kannst du bei dem bei dem war der strecke viele körper zu steigen also körper klein bin körperlich So, ich sollte wirklich vielleicht eine Pause machen, weil ich muss ja nachher wirklich da rumgehen. Oh, die nächsten Tage werden echt schlimm. Also vorortsen hier. Dass dieses rausgehen, dieses quasi spazieren gehen mit Glück, mit allem ist schon sehr, sehr anstrengend. Ich brauche schon, wenn ich einmal raus muss wegen sowas, brauche ich schon zwei Wochen Erholung. Jetzt sind es drei Tage hintereinander. Wow, hey, 4 bis 7 Stunden Racing ist doch legitim. Das finde ich so geil, die Curbs hier. Ja, ja, es ist okay. Ich kann nicht mehr auf den Bremsfußgarten jetzt. Ja. Das fühlen sich alle so komisch an, sagen ich, diese Antibiotika sind klar komisch, wie die wirken. Komplett seltsam, so fremd. Wenn nicht schlafen, dann zumindest liegen, damit die Füße ein bisschen Ruhe kriegen. Ich werde dann nachversuchen zu pennen. Ja, schlafen geht eh nicht. Wegen diesen beschissenen Husten und so. Wegen den Krämpfen. Aber zumindest ein bisschen liegen. Und wenn ich, hey, selbst wenn ich ein Stündchen oder so einpenne oder eine halbe Stunde, ist das echt eine Menge, die mein Körper daraus schöpft. So geil der Arzt auch. Ja, viel schlafen, das trägt zur Gesundheit. Weil ich habe ihm gesagt, ganz ehrlich, schlafen ist nicht. Also mit diesen ganzen Wehwehchen an den Füßen und dann noch das nicht atmen, weil sie beim Liegen nicht atmen können, sage ich. Ja, das kommt auch noch dazu. Er hat gesagt, die drei besten Sachen, die mich halt schneller gesund werden lassen. Viel trinken, viel schlafen und keine Ahnung, was das war. Irgendwann so ganz eine Standardzeit von Zeigen. Sag ich ja. Trinken kann ich viel. Prost. Und zum Wichtigen. U-Zopft. So. Huch. Falsche Knöpfe gerückt. Da gehen wir mal kurz auf Wireless. Ich mache Lenkrad aus. So. Mein Tablet mache ich auch aus, was ich vor mir habe, mit SimHub. Hier. Hier Lenkrad. Davor die Base, dann das Tablet, dann Tastatur, dann Monitor. Deswegen sehe ich auch unten am Bildschirm nicht was ist, weil das Tablet da ist. Habe ich Laptop gesagt? Tablet meine ich. Das passt schon. Das passt schon. Wo sich die Medikamente nur mitnehmen und dann gucken wir mal. So. dann komm. Vielen Dank.